Der Pfad des Träumens, Kapitel 5 Ohne Rücksicht auf die dornigen Büsche eilte ich dem Hund hinterher, der mit rasender Geschwindigkeit durch den Seilbein rannte. Bald hatte ich sein goldenes Fell in dem wild wuchernden, duftenden Unterholz aus den Augen verloren und war nur noch seinem Gebell gefolgt, das jetzt in der Ferne immer schwächer wurde. Voller Unbehagen warf ich einen Blick auf den immer dichter werdenden Nebel. Es schien, als konzentriere er sich direkt an meinem Standort und bald war ich außerstande, den Himmel über mir zu erkennen. Die Abendsonne war kaum noch auszumachen und hing in der Luft wie ein verlöschender Feuerball. Die atemberaubende Aussicht von den Santa Susanna Mountains auf die Bucht von Santa Monica war in Windeseile aus meinem Blickfeld verschwunden. Um den Hund machte ich mir keine Sorgen, doch hatte ich nicht die leiseste Ahnung, wie ich zu dem abgelegenen Platz gelangen sollte, den meine Freunde als Ort für ein Picknick erkoren hatten. Ebenso wenig wusste ich, wo der Weg geblieben war, auf dem ich dem Hund gefolgt war. Ich unternahm ein paar zaghafte Schritte in die ungefähre Richtung, in der der Hund verschwunden war. Dann blieb ich plötzlich stehen. Durch eine Nebelschwade hindurch sah ich, wie sich von oben kommend ein kleiner Lichtpunkt auf mich zubewegte. Ein weiterer folgte. Dann noch einer. Wie kleine Flammen, die man an einem Faden aufgezogen hatte. Die Lichter schienen in der Luft zu hängen. Sie zitterten und vibrierten. Und kurz bevor sie mich erreicht hatten, verschwanden sie, als hätte der Nebel sie verschluckt. Da die Lichter höchstens ein paar Meter von mir entfernt verschwunden waren, näherte ich mich ihrem vermeintlichen Standort, um sie noch einmal sehen zu können. Während ich angestrengt in den Nebel starrte, sah ich, wie etwa 50 Zentimeter über dem Boden einige menschliche Umrisse durch die Luft glitten, so als bewegten sie sich auf Zehenspitzen auf einem Wolkenuntergrund. Die Umrisse hockten sich einer nach dem anderen auf den Boden und gemeinsam bildeten sie einen Kreis. Ich unternahm noch ein paar unschlüssige Schritte und hielt inne, als der Nebel sich verdichtete und die Umrisse verschwanden. Überrascht und verwirrt blieb ich stehen. Eine außergewöhnliche Angst hatte sich meiner bemächtigt. Nichts Vertrautes, sondern eine Angst in meinem Körper, in meinem Bauch, eine Angst, wie Tiere sie spüren müssen. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich dort stand, doch als sich der Nebel ein wenig lichtete, erblickte ich in etwa 20 Metern Entfernung zwei Männer, die mit gekreuzten Beinen auf dem Boden saßen. Flüsternd unterhielten sie sich. Das Geräusch ihrer Stimmen schien in kleinen, wie Baumwollbüschel wirkenden Nebelfeldern aus allen Richtungen an meine Ohren getragen zu werden. Ich verstand nicht, was der Gegenstand ihrer Unterhaltung war. Doch die Tatsache, dass ich ab und an ein mir bekanntes Wort ausmachen konnte, trug sehr zu meiner Erleichterung bei. Die beiden sprachen Spanisch. Ich habe mich verlaufen, rief ich auf Spanisch. Als wären sie Zeugen einer Erscheinung, träten sich die beiden Männer langsam, zögernd und ungläubig nach mir um. Schnell sah ich mich um. Ob irgendjemand hinter mir einlass für eine derartige dramatische Reaktion gäbe, doch ich sah niemanden. Grinsend erhob sich einer der Männer, streckte seine Glieder, bis die Gelenke knackten und legte dann mit wenig ausladenden Schritten die Entfernung zwischen uns zurück. Er war jung, nicht sehr groß, doch kräftig gebaut. Seine dunklen Augen strahlten vor Vergnügen und Neugier. Ich erzählte ihm, dass ich mit meinen Freunden unterwegs gewesen war und sie auf der Jagd nach einem entlaufenden Hund verloren hatte. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie ich sie wiederfinden soll, schloss ich. In diese Richtung kannst du jedenfalls nicht weitergehen, warnte mich der Mann. Wir stehen auf einer Klippe. Vertraulich ergriff er meinen Arm und führte mich an den Rand des Abgrundes, der sich keine drei Meter von meinem Standort entfernt auftat. Mein Freund dort, sagte er und zeigte auf den anderen Mann, der sitzen geblieben war und mich anstarrte, hat mir erzählt, dass sich dort unten ein alter Indianerfriedhof befindet, gerade als du auftauchtest und uns beinahe zu Tode erschreckt hast. Er nahm mein Gesicht und meinen langen, blonden Zopf in Augenschein. Kommst du aus Schweden? Immer noch ein wenig fassungslos darüber, was der junge Mann über den Indianerfriedhof gesagt hatte, starrte ich in den Nebel. Als Studentin der Ethnologie hätte ich mich normalerweise mit Begeisterung auf einen Indianerfriedhof gestürzt, doch im Augenblick schien mir nichts auf der Welt gleichgültiger, als die Frage, ob sich in der neblichen Leere vor mir ein solcher befand oder nicht. Ich dachte nur daran, dass ich selbst wahrscheinlich in den Abgrund gestürzt wäre, wenn ich die Lichter nicht gesehen hätte. Bist du aus Schweden? wiederholte der junge Mann seine Frage. Genau, log ich und bereute es augenblicklich. Allerdings fiel mir nicht ein, wie ich es hätte korrigieren können, ohne dabei mein Gesicht zu verlieren. Du sprichst perfekt Spanisch, meinte der Mann. Schweden haben ein erstaunliches Gespür versprachen. Obwohl ich mich furchtbar schuldig fühlte, fügte ich hinzu, dass dies weniger ein Geschenk sei, als vielmehr eine Notwendigkeit, wenn der Schwede mit dem Rest der Welt kommunizieren wolle. Abgesehen davon bin ich in Südamerika aufgewachsen. Aus irgendeinem Grund schien diese Information den jungen Mann zu erstaunen. Ungläubig schüttelte er den Kopf und schwieg eine Weile Gedanken verloren. Dann, als sei er plötzlich zu einem Entschluss gelangt, nahm er mich mit festem Griff bei der Hand und führte mich an die Stelle, wo der andere Mann saß. Ich befand mich nicht gerade in blauer Stimme und wollte so bald wie möglich zu meinen Freunden zurückkehren, doch fühlte ich mich in der Gesellschaft des jungen Mannes so wohl, dass ich ihm einen detaillierten Bericht meiner Erfahrung mit den Lichtern und den menschlichen Umrissen gab, anstatt ihn nach dem Weg zurück auf den Wanderpfad zu fragen. »Wie seltsam, dass der Geist sie verschont hat,« murmelte der sitzende Mann mit den dunklen, zusammengezogenen Augenbrauen wie zu sich selbst. Doch offensichtlich sprach er mit seinem Gefährten, der als Antwort etwas murmelte, was ich nicht verstand. Die beiden tauschten verschwörerische Blicke, die mein Unbehagen noch verstärkten. »Wie bitte?«, fragte ich und wandte mich dabei an den sitzenden Mann. »Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast.« Aggressiv und missmutig zugleich starrte er mich an. »Du bist gewarnt worden,« sagte er mit tiefer, widerhallender Stimme fest. »Die Abgesandten des Todes sind dir zur Hilfe gekommen.« »Die was?«, fühlte ich mich gezwungen zu sagen, obwohl ich ihn sehr wohl verstanden hatte. Ich sah mir den Mann genauer an. Für einen Moment war ich mir nicht sicher, ihn zu kennen, doch musste ich nach längerem Hinsehen feststellen, dass ich ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Er war nicht so jung wie sein Begleiter, doch alt war er auch nicht. Mit Sicherheit war er ein Indianer. Seine Haut war von dunklem Braun und sein Haar schwarz-blau, glatt und dick wie ein Besen. Und doch rührte seine Vertrautheit weniger aus seinem Äußeren als vielmehr, aus seinem Missmut, einem Missmut, wie ich ihn sonst nur von mir selbst kannte. Offenbar bereitete ihm meine Musterung Unbehagen, denn er erhob sich abrupt und murmelte, »Ich werde dich zu deinen Freunden bringen, folge mir und wage es ja nicht zu stolpern. Du wirst auf mich fallen und uns beide ums Leben bringen,«, fügte er in schroffem Ton hinzu. Noch bevor ich ihn darüber aufklären konnte, dass er keinen unbeholfenen Trampel vor sich hatte, führte er mich einen steilen Abhang an der Klippe hinab. »Kennst du dich hier überhaupt aus?«, rief ich ihm vor nervositätsschriller Stimme hinterher. Ich selbst hatte vollkommen die Orientierung verloren. Nicht, dass ich normalerweise besonders gut darin gewesen wäre, sie zu behalten, doch, dass ich auf meiner Jagd nach dem Hund einen Berg bestiegen hatte, war mir vollends entgangen. Der Mann drehte sich um. Für einen Bruchteil einer Sekunde wurde sein Gesicht von einem flüchtigen Lächeln erhellt, das seine Augen jedoch nicht erreichte. Mit unbewegtem Ausdruck sah er mich aus dunklen Augen an. »Ich werde dich zu deinen Freunden bringen,«, wiederholte er. Obwohl ich ihn nicht leiden konnte, glaubte ich ihm. Er war relativ klein, vielleicht 1,65 Meter und von leichtem Knochenbau. Trotzdem erweckte er den Eindruck einer massiven und kompakten Person. Mit ungewöhnlicher Sicherheit bewegte er sich durch den Nebel und mit Leichtigkeit und Anmut meisterte er eine Strecke, die mir wie eine Steilwand erschien. Der junge Mann stieg hinter mir ab und war mir jedes Mal behilflich, wenn ich nicht weiterkam. Sein Verhalten entsprach dem eines fürsorglichen, altmodischen Kavaliers. Seine Hände waren fest und schön und berührten mich mit unglaublicher Sanftheit. Er verfügte offenbar über erstaunliche Kräfte. Ohne jede sichtbare Anstrengung hob er mich mehrere Male hoch. Mochte das in Anbetracht meines kümmerlichen Gewichtes auch nicht gerade aufsehenserregend sein, so war die Tatsache, dass er dabei auf einem Abhang stand und nur einige Zentimeter größer war als ich, doch sehr beeindruckend. Du musst den Abgesandten des Todes danken, sagte der ältere Mann, sobald wir auf ebener Erde angekommen waren. Muss ich das? fragte ich spöttisch. Der Gedanke, vielen Dank, zu den Abgesandten des Todes zu sagen, besaß in meinen Augen etwas Lachhaftes. Muss ich dazu auf die Knie fallen? fragte ich mühsam, ein Grinsen unterdrückend. Der Mann merkte nicht, dass ich versuchte, komisch zu sein. Er legte die Hände auf seine Hüften und blickte mir direkt in die Augen. Sein hageres und schmales Gesicht jetzt ohne jedwedes Zeichen der Freundlichkeit. In den zusammengekniffenen Augen, unter den borstigen Augenbrauen, lag etwas Bedrohliches. Abrupt wandte er sich von mir ab und setzte sich in einiger Entfernung auf einen Felsen. Bevor du den Abgesandten des Todes nicht gedankt hast, können wir diesen Ort nicht verlassen, verkündete er. Mit einem Mal wurde mir klar, dass ich Mutterseelen allein hier an diesem gottverlassenen Ort war, zwischen zwei fremden Männern, von denen einer möglicherweise sogar gefährlich war. Ich wusste, dass er sich nicht von der Stelle bewegen würde, bis ich seiner idiotischen Forderung nachgegeben hätte. Zu meinem Erstaunen war mir zum Lachen zumute und ich empfand keine Angst. Das allwissende Lächeln auf dem Gesicht des jüngeren Mannes ließ keinen Zweifel daran, dass er wusste, wie ich mich fühlte. Er schien sich daran zu freuen. Auf die Knie brauchst du nicht unbedingt zu fallen, sagte er. Und als er mit seiner Belustigung nicht länger hinter dem Berg halten konnte, begann er mit heller, rauer Stimme zu lachen. Ein Lachen, das rollte wie die Kiesel um mich herum. Er hatte schneeweiße und gleichmäßige Zähne wie ein Kind und auf seinem Gesicht sah ich zur gleichen Zeit etwas Lausbübisches und Freundliches. Es reicht, Danke zu sagen, tränkte er mich. Nun sag schon, was hast du denn dabei zu verlieren? Ich komme mir dämlich vor, gestand ich in einem Versuch, ihn auf meine Seite zu bringen. Ich werde es nicht tun. Wieso? fragte er interessiert. Es dauert höchstens eine Sekunde und es wird kein bisschen wehtun. Den letzten Teil betonte er lächelnd. Gegen meinen Willen musste ich kichern. Tut mir leid, aber es geht einfach nicht, wiederholte ich. So bin ich nun mal. Sobald jemand darauf besteht, dass ich etwas gegen meinen Willen tun soll, verkrampfe ich mich regelrecht und werde wütend. Den Blick auf den Boden gerichtet, sein Kinn auf die Hände gestützt, nickte der junge Mann nachdenklich mit dem Kopf. Fest steht, dass irgendetwas deinen Absturz, vielleicht sogar deinen Tod verhindert hat, sagte er nach einer Pause. Ich stimmte ihm zu und erklärte, dass ich selbst absolut erstaunt sei. Dann versuchte ich mich in einer Erklärung über Phänomene, die zur rechten Zeit am rechten Ort geschehen. Kann schon sein, sagte er. Dann grinste er wieder und versetzte mir einen frechen Stupser direkt aufs Kinn. Aber das erklärt noch lange nicht deine Situation, sagte er. Du bist beschenkt worden. Du kannst dem Geber Zufall nennen, Umstände oder eine Verkettung von glücklichen Ereignissen. Was bleibt, ist die Tatsache, dass dir Schmerz und Verletzung erspart blieben. Vielleicht hast du recht, lenkte ich ein. Ich sollte dankbar sein. Nicht unbedingt dankbar, eher flexibel, ein wenig offener, sagte er und lachte. Er bemerkte meine wachsende Verärgerung und öffnete seine Augen, als wolle er das gesamte Gestrüpp in seiner Umgebung mit einschließen. Mein Freund ist der Ansicht, dass deine Vision mit dem Indianerfriedhof zu tun hat, der sich übrigens genau hier an dieser Stelle befindet. Ich sehe keinen Indianerfriedhof, erklärte ich defensiv. Er ist nicht so einfach auszumachen, erwiderte er und kniff die Augen zusammen, als habe er Schwierigkeiten mit der Sicht. Und das liegt nicht am Nebel. Selbst an einem sonnigen Tag ist hier nicht mehr zu sehen als ein paar Büsche. Er ging auf die Knie und sah grinsend zu mir auf. Für das geschulte Auge jedoch handelte es sich um eine ungewöhnliche Anordnung von Buschwerk. Er legte sich flach auf den Boden und drehte den Kopf auf die linke Seite. Mit einer Handbewegung bedeutete er mir, es ihm gleich zu tun. Nur so kann man den Friedhof überhaupt erkennen, erklärte er, als ich neben ihm auf der Erde lag. Ohne meinen Freund da drüben hätte ich das nicht gewusst. Er weiß eine Menge interessanter und aufregender Dinge. Zunächst konnte ich nichts erkennen, dann entdeckte ich nach und nach eine Anordnung von Felsen im dichten Unterholz. Dunkel und glänzend, als habe die Feuchtigkeit des Nebels sie reingewaschen, kauerten sie in Kreisform, mehr Kreaturen als große Steine. Als ich merkte, dass der Steinkreis in seiner Form exakt den Kreis der menschlichen Umrisse entsprach, den ich vorher im Nebel gesehen hatte, unterdrückte ich einen Aufschrei. Jetzt bekomme ich es langsam mit der Angst zu tun, murmelte ich und rutschte unbehaglich hin und her. Es klingt absurd, aber ich könnte schwören, dass dies die Menschen sind, die ich vorher gesehen habe. Ich weiß, flüsterte er so leise, dass ich näher rücken musste, um ihn zu verstehen. Mein Freund, der Indianer ist, wie du sicher bemerkt hast, sagt, dass bestimmte Indianerfriedhöfe eine Reihe der einem Kreis von Felsen habe. Diese Felsen sind die Abgesandten des Todes. Er sah mir tief in die Augen, als wolle er sicherstellen, dass er meine volle Aufmerksamkeit habe. Sie sind die Abgesandten, nicht etwa Abbilder der Abgesandten. Unverwandt starrte ich den Mann an, nicht weil ich nicht wusste, was ich von seinen Behauptungen halten sollte, sondern weil sich sein Gesicht ständig veränderte, während er sprach und lächelte. Obwohl seine Gesichtszüge unverändert blieben, erschien er mir von einem Augenblick zum anderen wie ein sechsjähriges Kind, dann wie ein 17-jähriger Junge und schließlich wie ein alter Mann. Das mag ein seltsamer Glaube sein, fuhr er ungeachtet meiner zweifelnden Blicke fort. Ich habe selbst nicht viel damit anfangen können, bis du aus dem Nichts hier aufgetaucht bist, gerade als mein Freund von den Abgesandten des Todes sprach und behauptet hast, sie soeben gesehen zu haben. Wenn ich misstrauisch wäre, fuhr er fort und in seiner Stimme schwang etwas Bedrohliches mit, dann würde ich glauben, dass er beide unter einer Decke steckt. Ich kenne den Mann gar nicht, verteidigte ich mich verärgert durch den bloßen Gedanken an die Möglichkeit. Dann flüsterte ich ihm so leise, dass nur er es verstehen konnte, ins Ohr. Um ehrlich zu sein, bekomme ich beim Anblick deines Freundes eine Gänsehaut. Wenn ich misstrauisch wäre, wiederholte der junge Mann und ignorierte meinen Einwurf, dann würde ich denken, dass ihr beide versucht, mir Angst einzujagen. Aber ich bin nicht misstrauisch und so bleibt mir nur, meine Vorurteile zu begraben und mich über dich zu wundern. Über mich brauchst du dich nicht zu wundern, sagte ich gereizt. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du da redest. Ich warf ihm einen ärgerlichen Blick zu. Seine Verwirrung interessierte mich nicht. Auch er ließ mir eine Gänsehaut den Rücken herablaufen. Er spricht von den Abgesandten des Todes, sagte der ältere Mann. Er war zu uns getreten und sah mit merkwürdigen Blick auf mich herab. Mittlerweile wollte ich nur noch fort von dem Ort und den beiden Verrückten, also stand ich auf und verkündete lauthals meinen Dank. Meine Stimme hallte wieder, als habe das Unterholz sich in Fels verwandelt. Ich lauschte, bis das Echo verschwunden war und begann dann, gegen mein besseres Wissen wieder und wieder laut schreiend meine Dankbarkeit zu bekunden. Ich denke, die Abgesandten werden mehr als zufrieden sein, sagte der junge Mann und stupste mich gegen den Unterschenkel. Lachend ließ er sich auf den Rücken rollen. In seinen Augen lag eine ebenso wundervolle Stärke wie in seinem ansteckenden, kraftvollen Lachen. Trotz seines Gelächters zweifelte ich keinen Augenblick daran, dass ich mich tatsächlich bei den Abgesandten des Todes bedankt hatte. Und seltsamerweise fühlte ich mich nun von ihnen beschützt. Wer seid ihr? fragte ich den Jüngeren der beiden. In einer einzigen kraftvollen und geschmeidigen Bewegung kam er auf die Füße. Ich bin Jose Luis Cortez. Meine Freunde nennen mich Joe, sagte er und ergriff meine Hand. Und das hier ist mein Freund Gummersindo Evans Bridget. Weil ich bei der Nennung seines Namens nicht laut auflachen wollte, biss ich mir auf die Lippen und beugte mich vor, um einen imaginären Insektenbiss an meinem Knie zu kratzen. Muss wohl ein Floh gewesen sein, sagte ich und blickte von einem zum anderen. Beide starrten zurück und hinderten mich daran, einen Scherz über den Namen zu machen. Der Ausdruck auf ihren Gesichtern war so ernsthaft, dass mir augenblicklich das Lachen verging. Gummersindo Evans Bridget griff nach meiner Hand die Schlaf herabhing und schüttelte sie kräftig. Ich freue mich, deine Bekanntschaft zu machen, sagte er in perfektem Englisch, das einen Akzent der britischen Oberklasse durchschimmern ließ. Einen Augenblick lang habe ich dich für eine hochnässige Fotze gehalten. Meine Augen weideten sich und zur gleichen Zeit fiel mir das Kinn hinab. Obwohl ich irgendwo tief im Innern registrierte, dass seine Worte als Kompliment und nicht als Beleidigung gemeint war, war ich so schockiert, dass ich mich nicht bewegen konnte. Ich selbst war nicht gerade Brüde. Unter den richtigen Umständen konnte ich jeden in Grund und Boden fluchen. Doch irgendetwas am Klang des Wortes Fotze erschien mir derart abstoßend und widerlich, dass es mir die Sprache verschlagen hatte. Joe eilte zu meiner Rettung. Er entschuldigte sich für das Benehmen seines Freundes und erklärte, dass es sich bei Gummersindo um einen sozialen Bilderstörer mit extremen Ansichten handele. Noch bevor ich Gelegenheit hatte anzubringen, dass es Gummersindo definitiv gelungen war, meinen Begriff von angemessenem Verhalten ins Wanken zu bringen, fügte Joe hinzu, dass Gummersindos Besessenheit mit der Identität eines Bilderstörmers mit seinem Nachnamen Evans Bridger zu tun hatte. Was niemand überraschen wird, wie Joe bemerkte. Sein Vater ist ein Engländer, der Gummersindos Mutter, eine Indianerin aus Jalisco, noch vor seiner Geburt im Stich ließ. Evans Bridger, wiederholte ich vorsichtig und wandte mich dann an Gummersindo, um ihn zu fragen, ob er etwas dagegen habe, dass Joe die Familienleichen vor einem Fremden aus dem Keller holte. Er hat keine Leichen im Keller, antwortete Joe für seinen Freund. Und weißt du warum? Er starrte mich mit seinen glänzenden dunklen Augen an, die weder braun noch schwarz waren, sondern die Farbe reifer Kirschen hatte. Ratlos schüttelte ich den Kopf, irritiert von seinem zwingenden Blick. Mit dem einen Auge schien er mich anzulachen, das andere blickte toternst, bedrohlich und unheilverkündend. Weil das, was du Leichen im Keller nennst, in Wirklichkeit Gummersindos Quelle der Kraft ist, fuhr Joe fort. Weißt du, dass sein Vater mittlerweile ein berühmter englischer Ethnologe ist? Gummersindo hasst ihn aus tiefstem Herzen. Gummersindo nickte kaum merklich mit dem Kopf, als sei er stolz auf seinen Hass. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Sie sprachen über niemand anderen als E. E. Evans-Bridgeard, einen der bedeutendsten Ethnologen des 20. Jahrhunderts. Und das ausgerechnet in dem Semester, in dem ich an der Okla eine Arbeit über Ethnologie und ihre wichtigsten Vertreter verfasst hatte. Was für ein Zufall! Ich musste mich zwingen, vor Aufregung nicht zu jubeln und unbeherrscht auf- und abzuspringen, mit einem derartigen Geheimnis auffahrten zu können, ein bedeutender Ethnologe, der eine Indianerin verführt und dann im Stich gelassen hatte. Die Tatsache, dass Evans-Bridgeard nie in Mexiko Feldarbeit geleistet hatte. Er war vor allem für seine Forschungen in Afrika bekannt, irritierte mich nicht im Geringsten. Mit Sicherheit würde ich bei Nachforschungen herausbekommen, dass er anlässlich eines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten einen Abstecher nach Mexiko gemacht hatte. Vor mir stand der lebende Beweis. Mit süßem Lächeln sah ich Kummerzünder ein und gab mir innerlich das Versprechen, nichts ohne seine Einwilligung zu verraten, obwohl mir die eine oder andere Bemerkung gegenüber meinen Professoren nicht unangebracht schien. Schließlich wurden meine Informationen von dieser Tragweite nicht jeden Tag präsentiert. Fieberhaft arbeitete mein Hirn an den Möglichkeiten der Auswertung. Vielleicht nur eine kleine Versammlung einiger auserwählter Studenten daheim bei einem meiner Professoren. Ich mochte ihn zwar nicht besonders, doch gefiel mir die kindliche Art, auf die er seine Studenten zu beeindrucken suchte. Gelegentlich trafen wir uns bei ihm zu Hause und jedes Mal hatte ich auf seinem Schreibtisch eine Notiz des berühmten Ethnologen Claude Lévy-Strauss bemerkt. Du hast uns deinen Namen noch nicht genannt, sagte Joe höflich und zog mich dabei freundlich am Ärmel. Carmen Gebauer gab ich ohne zu zögern den Namen einer Freundin aus früher Kindheit an. Um mein Unbehagen und das Schuldgefühl wegen der wieder mit großer Leichtigkeit vorgetragener Lüge ein wenig zu lindern, fragte ich Joe, ob er aus Argentinien stamme. Im Angesicht seines befremdeten Gesichtsausdrucks beeilte ich mich hinzuzufügen, dass seine Art zu sprechen unverkennbar argentinisch sei. Obwohl du bei Leibe nicht aussiehst wie ein Argentinier, bemerkte ich. Ich bin Mexikaner, sagte er. Und deinem Akzent nach zu urteilen, bist du entweder in Kuba oder Venezuela aufgewachsen. Ich hatte keine Lust, diese Konversation fortzusetzen und wechselte eilig das Thema. Weißt du, wie man zurück auf den Wanderpfad gelangt? fragte ich mit einem Mal besorgt. Meine Freunde könnten sich nun Sorgen machen. Nein, weiss ich nicht, gestand Joe mit kindlicher Offenheit. Aber Gummersindo Evans-Bridgeart weiss es. Gummersindo ging durch das Gestrüpp voran und führte uns auf einem schmalen Weg, der auf der anderen Seite des Berges anstieg. Ich fühlte mich immens erleichtert und war zugleich enttäuscht und verwirrt, weil keiner der beiden Männer sich darum bemüht hatte, mit mir in Kontakt zu bleiben. Wir werden uns sicher wiedersehen, sagte Joe zum Abschied unverbindlich. Gummersindo Evans-Bridgeart überraschte mich, indem er mir galant die Hand küsste. Er tat das mit einer solchen Natürlichkeit und Eleganz, dass es mir ganz und gar nicht in den Sinn kam, ihn auszulachen. Das liegt ihm im Blut, erklärte Joe. Obwohl nur zur Hälfte Engländer ist seine Kultiviertheit über jeden Vorwurf erhaben. Er ist durch und durch galant. Ohne ein weiteres Wort oder einen Blick zurück verschwanden die beiden im Nebel. Ich bezweifelte stark, dass ich sie je wiedersehen würde. Da ich mich wegen der Lüge über meinen wirklichen Namen immer noch schuldig fühlte, wäre ich ihnen um ein Haar nachgerannt. Doch der Hund meiner Freunde hinderte mich daran, indem er an mir hochsprang und mir das Gesicht leckte.